Die ganze Welt redet von den beiden. Die beiden sind nicht zu stoppen. Ein internationaler Phänomen. Sie verkaufen Millionen von Platten. Sind das ihre echten Haare? Hier sind Millie Vanillie. Tänzer, die nicht mal singen können. Die Playback-Betrüger. Wir waren mal die größten Stars auf diesem Planeten. Und wisst ihr warum? Weil ihr uns geliebt habt. Die denken sich, wer zur Hölle ist Millie Vanillie. Also Rob und Pup klingt wie eine Band. Hier hast du die ganzen Stars. Fällt dir was auf? Es sind die Haare, Mann. Ich bin nicht auf der Suche nach Tänzern. Und auch nicht nach Sängern. Was ich suche, sind Stars. Und wann gehen wir ins Studio? Wann singen wir? Vergesst das doch mal mit dem Singen. Ihr seid die Frontmänner. Genau darum geht es in dieser Branche. Illusionen. Weil die Leute, die hören mit den Augen. Ihr habt das Zeug dazu, die Staaten zu erobern. Wir sind im Fernsehen und im Radio und das Gleichzeitig. Die Welt ist verrückt nach Millie Vanillie. Millie Vanillie. Millie Vanillie. Alle singen Playback. Aber es sind ihre eigenen Stimmen. Das ist ein Unterschied. Glaubst du, was wir machen kann jeder? Wir haben uns das alles bedient. Auf die neue Nummer 1 in Amerika. Aber die sind echt gut. Die haben unseren Song geklaut. Hey langsam. Was habt ihr hier in der Gegend verloren? Ich bin der Produzent. Geht das in eure Schiene rein. Du kennst doch die Gerüchte. Die ganze Nummer ist fake. Vielleicht gehen wir an die Öffentlichkeit. Geben alles zu. Wer mit der Branche nichts zu tun hat, wird das niemals verstehen. Wir lügen unsere Freunde an. Unsere Familien. Die Musik war fantastisch. Die Videos, die Shows waren großartig. Die Fans waren glücklich. Ob die selbst gesungen haben oder nicht, ist egal. Ich liebe Millie Vanillie. Also wo ist das Problem? Wir sind Brüder für EMA. Millie Vanillie? Bist du sicher, mit dem Namen klingt total dämlich. Das ist der geilste Name der Welt. Nah zwei Vier. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Das muss文章 sind. Da